Ich spiele schon eine Zeit lang Pokémon GO, doch jetzt will ich mit mehreren Leuten interagieren, also auch Pokémon GO spielen. Würde mich freuen, wenn ihr auch, wenn ihr Pokémon GO spielt oder anfangen wollt, dass ihr diesen Code hier eingeben könnt, was ich euch zeige hier gerade oben. Wenn ihr das gemacht habt, kriegt ihr automatisch als Willkommensbonus 100 Pokébälle für eure Reise. Wenn ihr gewisse Main-Steile schaffen, zusammen, kriegen wir Bonusse natürlich. Das ist einerseits gut für uns, für mich und dich zusammen, können wir besser werden. Und ich bin natürlich. Und für die Leute, die was länger schon Pokémon GO spielen oder irgendwo, ich suche Freunde auf der ganzen Welt, würde mich freuen, wenn ihr diesen Code, den Trainer-Code, euch eingibt und mir eine Freundschaftanfrage schickt. Ich werde so gut wie es geht versuchen, jedem ein Geschenk zu schicken jeden Tag. Ich kann nicht versprechen, dass ich das Geschenk jeden Tag annehme und ich werde versuchen, wie gut es geht halt.